Heute werden wir uns das Genopads App Gameplay ein wenig genauer anschauen, denn ich habe einen Invite Code bekommen, kann somit jetzt sozusagen in die Closed Beta rein, alles schon mal mir ein bisschen genauer anschauen und genau das möchte ich heute mit euch teilen. Und wenn du Interesse hast, auch an dieser Beta mit dran teilzunehmen, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn am Ende des Videos werde ich einen Invite Code verlosen, mit dem du mit dabei bist. Also Freunde, wir haben einiges zu tun, let's go! Also Freunde, heute soll es wieder um meinen Lieblingsmove zu eurem Projekt Genopads gehen und ich muss sagen, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen, wenn nicht sogar Wochen, extrem viel mit dem ganzen Projekt auseinandergesetzt. Ich habe bereits ja euch auch schon das Projekt auf meinem YouTube-Kanal NickCoin vorgestellt und vor kurzem hatte ich das große Glück, dass ich einen Invite Code bekommen habe zur Closed Beta, da ich sozusagen einfach positiv aufgefallen bin auf dem Genopads Channel und ich insgesamt einen Mehrwert für die Community geleistet habe, weshalb sie gesagt haben, hey Nick, du bist mit dabei. Falls du auf jeden Fall auch mit bei der Beta dabei sein möchtest, alle Infos nochmal dazu werde ich am Ende des Videos nochmal droppen und zufällig einen weiteren Invite Code verlosen. Zunächst schauen wir uns aber erstmal jetzt die App genauer an. So, wir befinden uns einmal in der App und ich werde jetzt live mit euch zusammen sozusagen hier mein erstes Genopad minten. Das ganze Schöne ist, ja, das ist ja auch tatsächlich Free-to-Play, das heißt, das erste Genopad ist sozusagen auch ein Free-Mint. Bin also daher sehr gespannt, was wir hier dabei herausbekommen werden. Ich muss sagen, der ganze Minting-Prozess hier hinter und das ganze Artwork sehr, sehr hochwertig und es sieht echt richtig, richtig nice aus. Also Freunde, es geht los, es wird spannend. Oh, und wir haben jetzt so einen blau-gelben Genopad. Ich weiß nicht genau, wie ich ihn beschreiben soll. Hey, das ist wirklich, it's tricky. Er leuchtet auf jeden Fall so richtig schön, seine Augen kommen so richtig hervor. Das ganze gefällt ihm auf jeden Fall gut. Man sieht hier noch so richtig, es ist noch so ein ganz kleines, junges Genopad. Und je mehr wir jetzt nun natürlich die Apps spielen, je mehr wir uns um unser Genopad kümmern, umso größer und umso mächtiger wird das Ganze werden. Jetzt können wir dem Ganzen noch einen Namen geben. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal ganz klassisch bei Nick. Aber falls du eine bessere Idee hast, kannst du mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Alright, schauen wir uns das Ganze ein wenig genauer an. Heute ist Tag 2 für mich mit Genopads. Ich habe auf jeden Fall gerade wieder einen Spaziergang gemacht, habe jetzt 3.787 Steps hinter mir. Und diese werde ich jetzt einmal banken. Dafür hätte ich das Ganze gedrückt, auch wieder eine super, super coole Funktion. Diese Steps habe ich jetzt sozusagen in Energie umgewandelt. Und das ist sozusagen eine der primären Funktionen von Genopads. Denn Energie ist sozusagen der Treibstoff für alles weitere Wichtige in diesem Spiel. Sehr cool. Jetzt haben wir schon mal 3.477. Mit den jeweiligen Energie von gestern habe ich jetzt 10.559 Energie. Und hiermit müsste ich jetzt eigentlich meinen Genopad auf Level 2 upgraden. Muss ich mal selber ganz kurz schauen, wo das geht. Ich tippe einfach mal darauf, wir klicken hier oben auf die Energie. Ah, perfekt. Gut. Ja, genau. Jetzt haben wir hier 10.559 Energie. Diese können wir jetzt in Experience umwandeln. Wir brauchen 10.000 Experience-Punkte, damit unser Genopad Level 2 erreicht. Denkt mal einfach hier diesen Button klicken. Ja, das sieht doch gut aus. Und wir haben sogar eben Level 2 erreicht. Sehr geil. Da wir uns ja mit Genopads im Move-to-Earn-Bereich befinden, stellt sich natürlich jetzt sicherlich die Frage, und Nick, wie viel verdienst du jetzt mit deinem Genopad? Und das ist tatsächlich ein wenig tricky, daher möchte ich das jetzt noch mal ein wenig genauer erklären. Grundsätzlich ist es ja so, du sammelst deine Schritte, welche du dann in eine Energie umwandeln kannst. Diese Energie kannst du dich dann entscheiden, ob du die in Experience stecken möchtest, womit du dein Genopad hier upleveln kannst, oder aber auch, du kannst diese Energie in einen Token umwandeln, und zwar in den KI-Token. Voraussetzung aber hierfür ist, dass du ein Stück Land besitzt, also ein NFT, welches auch ein Habitat genannt wird. Diese Habitate haben nämlich die Funktion, dass sie Energie in Token umwandeln können oder sogar neue NFTs herstellen können. Das Ganze klingt jetzt hier wieder ein wenig komplexer. Solltest du dir dafür auf jeden Fall nochmal mein detaillierteres Video reinziehen, wo ich alles ganz genau erkläre. Tatsächlich muss ich euch aber vorwarten, denn diese Genesis Genopad-Habitate haben aktuell einen Flurpreis von 34 Solana, was ja aktuell über 1000 Dollar sind. Die Preise sind tatsächlich auch jetzt ein bisschen getroppt, aufgrund des Bärenmarkts, und wir stehen kurz vor dem Habitat Release, der extrem wichtig ist, denn das ist sozusagen der Startschuss, dass es hier so richtig losgeht. Also könnte der aktuelle Preis von 34 Solana sogar recht attraktiv sein, aber an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall euch sagen, no financial price. Wenn du jetzt denkst, grundsätzlich dein Traum ist geplatzt, so ist es nicht, denn du kannst auf jeden Fall dir auch solch ein cooles Habitat, ich muss sagen, die sehen wirklich sehr, sehr cool aus, auch mieten sozusagen, also ausleihen. Im Kryptomarkt redet man da auch vom Scholarship, beziehungsweise Ranting. Und wenn sowas für dich in Frage kommt, empfehle ich dir auf jeden Fall die Pest-Gilde. Super nette Leute auf jeden Fall, die größte deutsche Genopads-Gilde, haben schon einiges auf die Beine gestellt und noch einiges geplant. Also falls du Bock hast, hier sozusagen dich anzuschließen an der Gilde, um dort ein Scholar zu werden, das heißt dir solch ein Stück Land zu mieten, damit du schlussendlich mit deinem Genopads auch etwas verdienen kannst, dann bist du dort auf jeden Fall, denke ich, richtig aufgehoben. Alright Freunde, falls du ebenfalls bei der Genopads-Beta mit dabei sein möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall hier, dich einmal für die Beta anzumelden. Hier gibt es tatsächlich auch einen bevorzugten Access in der Warteschlange, wer sozusagen als nächstes dran ist. Und du kannst natürlich auch das Glück haben und einen Invite-Code erhalten. Ich werde jetzt unter diesem Video ein Forgive-Awayen. Ich habe unter dem letzten bereits schon ein Forgive-Awayed und das Ganze ging auch jetzt hier an Oliver. Also herzlichen Glückwunsch, ich werde dich jetzt einmal nochmal anschreiben und ihn dir zukommen lassen. Und wenn du den heutigen Invite-Code gewinnen möchtest, ganz einfach, mach mir doch einfach einen Vorschlag in den YouTube-Kommentaren, wie ich meinen Genopads nennen kann. Das Ganze möchte ich nämlich nicht nur nickt, das ist ein bisschen zu langweilig. Das heißt, der coolste Name werde ich einmal aus den Kommentaren heraussuchen, meinen Pad umbenennen und dir als Dankeschön einen Invite-Code zukommen lassen. Für die einfache Kontaktaufnahme würde ich dich jetzt auch schon mal bitten, meinen Discord zu joinen, weil ich ihn dir dann einfach per DM zusenden kann. Discord-Kanal ist einmal unten in den Kommentaren verlinkt. Falls das Ganze also gefällt, würde ich mir auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das würde meinen ganzen Kanal hier sehr supporten. Und wenn du grundsätzlich noch nicht Abonnent bist, aber weiter Bock auf Genopads-Content hast, dann solltest du auf jeden Fall an dieser Stelle auch meinen YouTube-Kanal Nickcoin abonnieren. Alright, Freunde, das soll es dann tatsächlich auch schon für heute gewesen sein. Wir haben uns einmal in dem Move-to-In-Projekt Genopads ein wenig genauer das Gameplay angeguckt, haben tatsächlich auch schon unser NFT auf Level 2 geupgradet. Und nun sind wir ganz geduldig am Warten auf das Habitat-Management, denn das wird das nächste große Update sein, was wirklich unglaublich vor der Tür steht, womit wir dann sozusagen mit unseren Schritten auch tatsächlich Geld verdienen können. Voraussetzung, wie gesagt, ist ein Habitat-NFT und da werde ich mich tatsächlich bei der PES-Gelde auf solch einen Habitat-NFT als Scolar bewerben, um dann hoffentlich im weiteren Schritt euch mehr über das Habitat-Management und weiteres Gameplay euch zu zeigen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, sehr bullish auf das ganze Projekt. Ich werde tatsächlich noch einen kleinen Spaziergang jetzt starten, damit ich noch mehr Schritte sammle, diese in Experience umwandeln und dann als nächstes Level 3 erreiche. Falls du mehr Bock auf diesen Content hast und du jetzt noch mehr Fragen hast, auf jeden Fall nochmal meinen Starter-Guide auschecken. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Genopads-Video oder anderen Move-to-In-Content. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Haut rein, euer Nick. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch.